Ein Wirbelsäulenschirurg ist ein Facharzt für Orthopädie oder Unfallchirurgie, Neurochirurgie, der sich intensiv mit dem Bereich Wirbelsäule befasst. Er hilft Patienten durch operative Behandlungsmöglichkeiten, wenn alles konservativ ausgeschöpft ist, zum Beispiel Skoliosekorrekturen, Eingriffe bei Bandscheibenvorfall, Eingriffe bei der Einengung der Wirbelsäule und der Nervenwurzeln. Das sind typische Eingriffe eines Wirbelsäulenschirurgen. Er kann die Wirbelsäule wieder stabilisieren, wenn sie zum Beispiel durch einen Unfall destabilisiert wurde oder wenn zum Beispiel angeborene Deformitäten vorliegen, kann er die Wirbelsäule wieder begradigen. Das sind die Aufgaben eines Wirbelsäulenschirurgen.